so sieht schon mal gut aus hier dass wir eventuell den schacht gefunden haben schauen wir mal runter oh oh ok das war's da hinten drauf aufschluss was haben wir hier hängen nochmal? das kann auch nicht sein guck mal hier ist es auch ein kamin das haben wir hier irgendwie vielleicht so was für ein kleines Heizgebot oder so? kann auch sein hier ist auch was zugemauert hier ist auch was zugemauert ein Fenster, weiß nicht wie ein Loch was ist da hinten zugemauert? oh Gott hier haben wir hier geschraubt haben erstmal jemand geklopft hier haben wir auch was gelandert die haben so Buchten abgetrennt vielleicht haben sie hier auch was ist denn Kartoffelkette? kann das sein? halt schon bei der Reserve keine Ahnung weiss ich nicht halt das sind so Buchten oder haben sie hier erst mal haben sie nachgängig auch nicht immer was will hinterher ja das sieht schon komisch aus ne also man und das sei